hallo und willkommen zurück zu lara kauft der tempel von usir ist ja ja so hieß der gute mann kannst du nicht mit der maus einfach draufklicken hallo keine ahnung mit der maus den falls drücken irgendwie gar nichts ich kann den auch nicht auswählen spring ich zwei ich konnte noch nicht auswählen warum ist das für ein scheiß war warum noch mal raus noch mal los man ja ist gräulicher als die anderen aber warum denn er gibt keinen sinn warum sollte man den ich spielen dürfen ist ja denke maustaste ist nur bestätigen scheint oder ist das im allgemeinen wenn ich stehen bleibt was im allgemeinen stehen bleibt dass die leuchten das will das spiel anscheinend auch nicht es muss einer aber warum kann man dann kann man den nicht nehmen ist wirklich auch nicht irgendwie nur jetzt habe ich anders und kann das sein ich habe gar nichts gedrückt aber ich habe gerade alle tab gedrückt also keine ahnung aber ja kann man den nur benutzen wenn man zu dritt spielt oder wat oder was spiel will das spiel von mir ich gucke gerade im wiki auf seiner wiki seite steht dort zunächst hat irgendwie der multiplayer von einem wiki page also einer im steam hub schreibt lara ist der main charakter hier wird es muss immer jemanden spiel und der zweite muss immer einer von den ägyptern sein heißt wir müssen zu dritt sein wenn wir kater spielen wollen deswegen grautes ich meine wir können auch zwei von den anderen auswählen aber spiel wird das nicht zulassen also warum wird denn der so komplett ausgegraut dass man nicht mal draufklicken kann das ist das für eine logik sind halt nicht zertritt ja aber was ist das für eine logik ich weiß nicht ob einfach so schwitschen können wir raus wieder rein müssen dafür naja halb so wild oder wie benutzt man die fackel einfach nur hinlaufen oder was ja einfach nur hinlaufen oh das ist ja kreativ ja meinetwegen oh was da ich hab ein enterhaken ja können wir schon machen was vier und fünf ist dasselbe okay vier und fünf ist gar nichts oder also nein das ist nicht gar nichts ja jetzt mit den ganzen waffen okay aber sechs ist das schild und dort davor zwischendurch war halt auch fünf wechselt er gar nicht also bei bei lera ist fünf pistole und fackel sechs der enterhaken ist genau so läuft das okay wir haben ja jetzt keinen nachteil dadurch dass wir das so machen denke ich ich brauche ein paar teure kisten hier ist ein hunderter ja wir suchen uns einen grab aus und farmen was uns fehlt da drin also nehmen wir das erste grad an dass wir vorbeikommen die reihenfolge kenne ich nämlich nicht mehr und ist denke ich auch nicht so wichtig warum leuchten meine ringe hallo aber ich hätte noch einen dritten silberring aktuell habe ich widerstand verteidigen um radios zweimal zu haben nützt ja nichts ja dann mache ich das nicht ich wünschte ich hätte wir hätten mehr outfits das ist schade dass man mehr outfits nur mit dlcs hat und nicht irgendwie vielleicht kann man irgendwie ein outfit freischalten aber ja du darfst jetzt immer mittlere maustaste drücken wenn wir irgendwo genau weiß ich immer mehr freistellen soll ich dachte du schaust die tüge ich dachte du öffnest eine kiste hier fangen wir mit dem ja wie denn ohne geld was müssen wir tun haufen punkte fahren wir handkanonen unter sieben minuten und ich muss vier skarabänen mit einer bombe erledigt gut dass ich große bomben habe jetzt und wir dürfen die bomben nicht greifen ich weiß nicht ob das mit unter sieben minuten und bombe nicht greifen so kompatibel ist also ich glaube wir müssen das wahrscheinlich zweimal machen ich weiß auch nicht ob punkte fahren so gut ich möchte die 75.000 punkte haben und meinen skarabälen danach kümmern wir machen wir alles außer die zeit und die zeit zum schluss erachte darauf sobald der erste von uns 75.000 punkte hat sollten wir ja der der die punkte hat sollte also ich hoffe es gibt hier genug punkte dass wir beide 70.000 machen können wenn nicht keine ahnung dann fang ich wohl an weil scheinbar habe ich ja schon viel mehr da ist noch feuer gottes ist nervig ja aber ist doch wurscht es gibt hier keine treatment dafür ja aber die droppen doch geld mann achso na gut reicht das so keine ahnung ist jetzt nicht so wichtig ja lass los was los dann geht es bisschen schneller ach so ich habe ich dachte eigentlich schon dass ich mittlere maustaste gedrückt habe aber okay muss ich echt gedrückt halten ja hüpf doch oh mein gott heute aber nicht wir kriegen jetzt mein boost das ist doch auch mal nett vielen dank 13.000 erst ja ich glaube wir müssen das noch mal machen wenn du die punkte auffickst hier ist eine facke kam gar kein geld raus soll das ja es ist nicht ich weiß auch nicht woran das zusammenhängt ob ich einfach mal in der blöste oh mein gott interessant ich bin ja jetzt auch gelb wir können durchbrechen wenn wir das richtige werkzeug finden meine bombe ist ja das passiert noch nicht mal das war ein leerer bug das war nämlich ich habe etwas weniger als ein drittel ja du darfst alles laser mein gegner ich erwarte du kriegst punkte wenn du sie killst aber naja ja ok dann mach ich es auch nicht ja es macht denke ich nichts vom großen unterschied oder es wird genug punkte geben ich hab nicht da sind noch zwei ebsterne auf dem ding ach dieses durchscrollen hilft mich ein bisschen dann zurück fünf ja wieso haben wir dieses hp upgrade nie geholt dennis oder sehe ich das nur wieder und wir haben es eigentlich schon da ist nichts da ist nichts ok gut das brauchst du eigentlich gar nicht aber ok na gut du müsstest gedrückt halten ja ja da hast du recht ja da hast du recht wieso halten da hast du das berührt ja weil ich den da greifen wollte und er meinte da rüber zu gehen ah ok ja dann machen wir trotzdem fertig geht das jetzt nur für mich oder ich weiß nicht wie das spiel das handhabt hallo bei dir war ja was hallo hörst du mich was willst du ja ich hab dich nicht mehr gehört was laberst du ich rede die ganze zeit ja und ich hab nur noch gehört tu ich weiß nicht was du laberst aber unsere connection kann eigentlich kein problem sein oder oder spack discord ab aber das ist auch also wirst du gar nicht ich sag nur du warst ein paar sekunden weg wenn du nicht absichtlich gieberisch geredet hast dann ja da soll ich jetzt mein ton auf oh warte ich brauch vier von denen ja es sind nur drei das ist jetzt oh ja die sind zu viert waren die zu viert oder nicht lass ich mal kurz nachgucken ich hab dich nicht angeguckt weil ich auf mein codierer geguckt hab ich bin lehrer heute nicht wahr warum ist v wieder auf 100 mensch ja du bist warte bin ich dumm ich hab vorhin beim vorlesen ja auf isis geguckt du musst das machen nicht ich was ja ich hab's schon letztes mal gehabt ich verstehe ja du bist isis ich hab lehrer geguckt und gedacht lehrer bist du verstehst und du bist also lehrer ist diejenige mit haken ich hab halt gedacht dass du es schon hast mein fehler also wenn es karabänen kommen kill 4 wobei das die beste stelle ist wir müssen sowieso noch mal machen also meinetwegen auch nächste runde erstes ja unter sieben minuten oh mein gott das wird ja erfiger ja aber da oben nicht ja 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 ähm okay lasst du dieses diagonale springen ich sag diagonal das ja ist das für dich nicht ich muss zwei tasten drücken um so zu springen da oben war kohle ohne ende naja oh hey ach nice danke mach dir noch wer keine ahnung also beim speedrand müssen wir dann halt nach unten laufen noch 30.000 wahnsinn ja wer bist du denn oh du kannst skippen cool ja du darfst ein paar scarabänen töten wenn du bis jetzt warst au hast du es bekommen ich hab nichts gesehen ja ich bin nicht da unten es waren gerade alle ineinander also ja es waren genug mal ja das was genau meinst du hast du das angezündet nein ja genauIL ich weiß nicht warum das manchmal geht gerade vorhin auch die ganze zeit gelasert ich vielleicht feuerprojektile dabei mein gott glaubst du daran liegt ich guck gerade ich habe feuerprojektile und energie schon also es ist nicht unmöglich ich auch noch ich brauche noch 7000 punkte also bald habe ich es geschafft 4000 ja du hast recht das ist ja ich hab's halt vielleicht auch ja ich habe gewollt hand kann warum sehe ich die haben wir die nicht auch schon die hand kann auch süß siehst du die auch oder sehe ich die die waffe da die sich auf lente cool die waffen sind alle noch mal einzusammeln waren doch in dem einen herausforderung war es doch plötzlich direkt also ab jetzt darfst du alles killen die punkte gönnen mal schauen ob es reicht wenn ich naja dann halt nicht was wollten wir noch machen naja zeitbombe greifen haben wir jetzt natürlich vergeigt aber egal wenn du die punkte nicht schaffst auch egal dann machen wir es halt in der nächsten runde wenn wir das mit der bombe weil bombe und unter sieben minuten weiß ich nicht ob das so klappt aber du kannst natürlich probieren brauchst du mich irgendwas ja 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 warte ich versuche mal nicht in geld zu lauten ich überlasse die auch das töten weil das sind ja auch punkte für die punkte der letzte war 900 und der davor war 600 und irgendwie der erste drei und möglich ist es ja nicht da sind noch münzen nennst du das ja was ist wedelsteine du darfst jetzt auch wieder die dinge anzünden nachdem ich dir ja schon feuer gebe muss ich dann muss ich nicht waffen wechseln so also ja gut ich darf sie jetzt anfassen ich war es ja wurscht ja jetzt aber halt mal dein knopf oder so ist das normal dass das roh ist unter dir ist wahrscheinlich weil du feuer energie drin hast ja das ding ist ich kann ja ja okay ich heiß drauf neue kugel dann halt oder kommt jetzt keiner mehr okay ja gut wir können es noch schaffen ich glaube ich nah genug dran sein eigentlich ja egal voll sicher gehen ja hast du auch ein ball ich hab kein voll energiezweck wie lange hält die denn ja bist du schaden allein ist das ist fies war das wirklich so ich habe es anscheinend nicht ich weiß dann mal genau was ich immer noch alles vielleicht okay du brauchst noch 50.000 punkte also weiß ich nicht was jetzt überhaupt noch kommt habe ich komplett vergessen das ist komplett vergessen ja okay du kannst einfach zu enthält dass ich schon habe ich hab's nicht verlangsamt was soll ich denn da beschleunst gelb ja ich denke jede einfach ich weiß auch mal jetzt Ah, ne, passt schon. Ah, au. Okay, ich würde auf die andere Seite des Neul an, aber ich kann vielleicht vernichten. Also wenn das das Ende ist, dann klappt es nicht mehr. Ist es aber. Ja, okay, dann brauchen wir. Das heißt, du holst dir jetzt die Punkte und wir berühren das Ding nicht mehr. Ja, und danach machen wir dann sieben Minuten ran. Außer natürlich, wir schaffen den noch gleich mit. Hätte ich aber unwahrscheinlich. Mit den Punkten sieben Minuten war es nicht. Ja. Naja, du musst ja sowieso alles töten und so weiter, aber klar Fackeln, Farmen und so. Ich meine, wir haben jetzt 78.000 und 40.000. Also es ist ja mehr als genug für eine Person da. Es ist mein. Ja. Du hast Spaß. So, Festplatte hat sich wieder beruhigt. Er ist schon weggegangen. Ihr seht, hier ist alles offen. Ja, hat eher alles geöffnet. Ich habe hier irgendwie neue Ringe. Bla bla bla. Ich glaube, hier war auch was Neues. Hat eher nichts zu interessieren. Die Zeit-Challenges sind eigentlich das geringste Problem. Weil wenn wir alles andere gemacht haben, dann haben wir eh die krasseste Ausrüstung. Und je stärker wir sind, desto einfacher. Okay. Jetzt your turn to get all the monies. My turn to get all the monies. Und sei vorsichtig mit dem, mit der Bombe. Und die Bomben. Sei einfach ganz weit weg. Money, Bomben und Zeit. Alles auf einmal. Äh, ich muss dir die Fackeln jetzt öffnen, das ist das Einzige. Äh, ja, solange wir hier nicht voll Power haben, musst du sie mir öffnen. Ja, aber es sind nicht so viele Punkte, also. Was soll's, nicht wahr? Wenn du meinst. Ich mein, wir hatten insgesamt über 100.000. Du brauchst 75. Ist also nicht schlimm, wenn ich 25.000 einsammel. Aber klar, je schneller du es hast, mehr. Diese Sphären tragen dieselben Blüfen von Osiris. Der Staat müsste auch auf sie wirken. Du rennst so schnell rum, das ist echt krank, wie das bei mir ausschaut, weißt du das? Ach so, ja. Zeit. Ja, jetzt war scheiße, dass ich fang, jetzt darf ich nicht mehr so aktivieren. Diese Gräber wurden gebaut, um gewaltige Schätze zu bewahren. Wir müssen mit vielen tödlichen Fallen rechnen. Oh, jetzt hab ich die Fässer bei dir vergessen. Ja, passt schon. Warum wechsel ich den Stab weg auf Schild? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das kann doch mal nett sein. Ja, oder du scrollst einfach zu sehr. Ich scroll doch gar nicht! Wenn, dann würde ich das wirklich aus Versehen machen und ich glaube eigentlich nicht. Oder liegt das? Hier ist die Mauer brüchig. Erkennt ihr ein Scroll, wenn ich mit der Maustaste drücke? Das wäre ja gar nicht. Wenn deine Maus entsprechend. Nun. Oh, warte, da oben ist der Gegner Au, jetzt mein Gott, Alter Jetzt hör mal auf, mir zu schlagen Voll weg Ja, ich kann aber jetzt nicht schießen Ah, Mensch Ja, das Ich glaube, unten lang ist einfacher Keine Ahnung Ich hätte es gut gefunden, wenn du auch schon eine Bombe vorplatziert hättest Wo denn? Ja, da wo er halt hingeflogen wäre Passierend darauf, wo er beim letzten Mal geflogen ist Hast du ihn gerade angefasst oder sah es mir für mich so aus? Ich habe nichts gedrückt und ich kann es ja nicht einfach so anfassen, oder? Ohne was zu drücken Nee, eigentlich nicht Ja, dann habe ich es nicht angefasst Oh mein Gott, ey War zu spät Er ist bei mir gerade richtig komisch gedreht Ja, das sollte ihm weit genug nach oben schleudern Okay, perfekt Okay, perfekt Ganz schön Also wir haben noch nicht gegriffen, wir haben noch eine Chance Achso, ja, mach du zuerst Oh mein Gott Oh Oh ja Oh ja Oh ja Und äh Mein Geld Ich meine, ja, das sind zwei Knöpfe, die man drücken muss Und wenn du beide gleichzeitig gedrückt hältst, dann kannst du eigentlich gar nichts falsch machen Ja Was wend ich hoch? Äh, nicht wenn dir die Zeit richtig ist Keine Ahnung, ich weiß nicht wie gut es in unserem Geld steht Gut genug, kill einfach alles Au Wir fackeln uns ab Sehr gut Schaust du meinem Geld aus? Ja Ziemlich gut Noch nicht gut genug, aber Ziemlich gut Also Ach, scheiß doch das 7000 brauchst du noch Äh Ja, die Kamera muss weit genug gehen, dass da ist Äh Ich weiß nicht wie gut wir in der Zeit sind, oder nicht? Ich Würde mich nicht wundern, wenn wir hier ein paar Tries brauchen Weiß nicht, steht da kein Timer? Äh Ich hab keinen auf meinem Bildschirm Ja, wenn du in dem Menü bist, steht da kein Timer Nein Da steht da nur, dass wir es noch haben und nicht, äh, ich hab Goldpunkte geschaffen Naja gut, dann kann ich ja jetzt spielen Okay, los geht's Wir haben hier immer noch ein Projekt zu beenden Aua Ah, das muss gehen Ja, nee, ja, ja, okay, jetzt, das müsste gehen Ja, aber Ich weiß gar nicht wie das nicht... Sag einmal, wie geht denn das? Okay, weiter weg war scheinbar ein bisschen voller Aua, okay Scheiße, da ist ein Loch Warum... Mein Gott, Alter Das war doch predictable, dass der genau da rein lande, wenn du das so platzierst Ja, deswegen hab ich ja gesagt, scheiße, da ist ein Loch Ja, ja, äh, dann hast du es erst gesehen? Nein Dann mach du mal Ich hab's nicht mit Präzision Ah, nein Ah, Mensch Ich, ich hab mich mit meinem Körper hingestellt, aber das hat anscheinend überhaupt keinen Effekt Oh, wow Ich hab's beinahe mit einem Schuss geschafft Krass, das hätte ich aber auch nicht erwartet Ah, ja, okay Nein, geh, la, la, mein Körper ran Pff, mich regt das so auf Warum blockiert mein Körper das Ding überhaupt nicht? Oh Er ist immer noch nicht richtig geflogen, dass es mir runterfällt, Mann Ja, jetzt Das ist, äh, knappes Safe Ja, gut gemacht, so Äh, ja, das, äh, ich weiß nicht, ob das... Das ist zu nah an der Wand Ich bring dich selbst in die Luft, wenn's sein muss Ja, nice Ich hab's den gekriegt Ja, ich hoffe, dass es nahe geht Okay Gut, du weißt, was hier zu tun ist Natürlich ist das eine Falle Hallo Also Okay, ich spreng mich einfach Achso, okay Naja, es kommt ja näher ran, nicht wahr? Also es ist jetzt nicht so, als hätten wir ein Zeitproblem Können wir das Ding mal explodieren? Achso, du hast schon nicht mehr... Ja, genau! Und ich frau mich, warum es sich explodiert! Was ist denn? Wie lange willst du noch? Hä? Fuck?! Anscheinend! Ich weiß aber jetzt auch nicht, was ich von da machen soll Aber jetzt ist es auch schon, Das Spiel, die sucks Na immerhin haben wir nicht Shit gedrückt, das ist die Hauptsache das war natürlich ist das sehr gemein vom spiel ja finde ich auch er hat keine ahnung noch eine und hoffentlich löst die auch aus keine ahnung ob wir noch in der zeit sind aber ich bleibe ich ja fast schon zu sehr okay wir haben aber sogar bald überlebt und da bist du noch mal im nachhinein runterfallen ich höre ein todes schreibe ich darfst du lebst doch noch ausgezeichnet noch ein fragment von ok zeitbombe haben wir geschafft sehr schön das war die hauptsache die punkte challenge haben wir jetzt auch beide heißt zeit haben wir wohl nicht hingekriegt oder es wurde nicht eingeblendet wahrscheinlich erst ich frage mich aber wie gut wir in der zeit laden ja mal gucken wird es hier eingeblendet es wird hier auch sieben sechs fünf steht ok ja schaffen wir wenn wir uns nicht bemühen mit der kackbombe es hat ja doch einiges an zeit gekostet besonders die zweite wenn die altes geld unglaublich das kommt direkt ins britische museum oder kraft aber alles zu seiner zeit briten haben genug artefakte anderer länder geklaut die letzten jahrhundert nach auf nimmt eine andere die weigert sich ich habe die darüber aber auch schon probiert die hat sich auch geweigert ok machen wir es ja gleichzeitig ja keine ahnung als wir in der punkte challenge echt mal probleme haben benutzen wir schatz oder hast du es echt noch aktiv gab ja ich glaube auch nicht dass es nötig ist ich meine vielleicht würden wir damit schaffen beide gleichzeitig gold zu holen aber so wichtig ist es nicht und ich glaube das ist ja ziemlich oft benutzt in den meisten gräbern dürftest du schon gold haben also muss nur ich es war ja gönn dir sammel alles ein link wäre neidisch